hallo und herzlich willkommen zu shakes and fidget und wir starten was willst du ich will die mission machen mit den missionen wir haben genug zum überspringen an treibsand uhren daher würde ich sagen machen wir das auch direkt 2000 oder so was wir ja gut angesammelt aber wir können sie auch mal nutzen nicht das wird der zeit wir machen übrigens immer noch xp um auf die 500 zu kommen ja ja mein mut und meine stärke sind euch wohl bekannt ja machen wir das kurzem mani mani braucht man manchmal ja auch ich habe das letzte mal ja gesagt gehabt zu wenig glück auf der suche nach einer aufgabe werden wir wahrscheinlich haben aufgrund dessen dass wir wenig krit schaden morgen guten morgen ich habe mir ein paar andere charaktere jetzt noch mal weiter in einer ehrenhalle angesehen die weiter und die sind auch wiederum recht trampel gerade eben genannt hallo geht's ja mir geht's gut da bist du ja am frühen morgen ein bierchen ist immer gut flüssig brot so also es war sarkasmus also bitte trinkt kein alkohol morgens schon klingt nämlich immer komisch klar das bier morgen trinken schmeckt irgendwie genauso wie am abend seltsam unheimlich aber trotzdem in der woche wie machst du das muss nicht sein kann man nämlich nicht wirklich autofahren und sowas um warte mal haben wir die besiegt angriff auf fehlgeschlagen die habe ich nicht angegriffen die ausgewählt oder hat unser chef die ausgewählt glaube ich keine ahnung warum aber ja so dann haben wir den angriff erledigt das haben wir erledigt ehrenhalle ich wollte euch ja was zeigen ich habe mal die oberen halt hier angesehen habe ich ja gesagt habe denn ich erinnere mich die haben 25 so im durchschnitt und manche sogar mehr die ganze rüstung blinkt bis auf das eine teil aber den werde ich nie besiegen können guckt euch das an 770 millionen leben aber die haben wie gesagt hier im durchschnitt so um die 25 26 da habe ich mir so überlegt gehabt das sollte ich vielleicht auch mal haben vielleicht kann ich dann besser kritten diese 25 zu erreichen also 25 tausend na 25 tausend sind das und vielleicht für das klug ich weiß ja nicht aber ich gucke immer auch mal was wir haben die anderen sich so geskillt und sowas alles und ja es war halt so immer mein gedankengang dass das vielleicht nicht ganz so bad ist ja es ist charakter vom charakter zu verschieden muss man ja aufpassen magier und sowas alles ist aber ja nicht den pilz kriege ich nicht den habe ich schon länger nicht mehr angegriffen aber der ist so hoch die kriege ich nicht im ansatz die kriege ich auch überhaupt nicht im ansatz obwohl level mäßig ja bei dem bin ich mir nicht sicher habe ich schon länger nicht angegriffen den kriege ich nicht die kriege ich immer nur zur hälfte dann werden wir jetzt mal den ausprobieren und ich habe wieder nicht die kred hoch getan ich habe schon wieder vorher angegriffen so matsch im kopf so alles gleiche gucken wir mal wasser ich habe keinen so hohen das heißt ich nehme den niedrigsten und gewinnen jetzt auch noch okay ja gut gut ja nehme ich an dankeschön guten morgen guten morgen also das dahin das verkaufen verzauberung habe ich an den nagel hängt da gegenstand ist verzaubert habe ich tatsächlich ein vergessen so wir brauchen schuhe schuhe haben aber nicht heißt wir können das erstmal wegräumen damit wir hier wieder platz haben so sehr geil naja da haben wir schon was reingeworfen cool guten morgen ja guten morgen so dann werden wir doch eben schnell die ganzen bürfeleinlagen machen dann werden wir unsere kohle die ich gesammelt habe in glück rein pulver mal gucken wie weit wir kommen ich fürchte nicht so weit wie ich gerne möchte ja da jetzt die splitter die splitter immer da habe ich immer mangel meistens wenn ich gerade hello rater das event läuft okay jetzt nehmen wir doch das nächstes mal klappt da kann ich am besten splitter habe ich das gefühl glückwunsch können wir noch erhöhen ja oder nein nein glückwunsch ey das ist ein full auskriege ich das auch noch ich bin irgendwie enttäuscht dass es kein full aus hier gibt bei dem würfel das ist doch ein würfel glückwunsch so jetzt aber münzen komm komm münzen komm bitte 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 glückwunsch ja wieder ein bisschen münzen sehr schön ähm ja ich brauche eigentlich kein holz aber seelen brauche ich überhaupt nicht also gar nichts würde ja jetzt nichts verschwinden weil ich das maximale cap ja erreicht habe aber bei holz und sowas noch nicht deswegen nehme ich halt das holz nächstes mal klappt es bestimmt natürlich klappt es nächstes mal bestimmt glückwunsch oh es hat tatsächlich geklappt also wir haben schon mal 5 wieder gekriegt bei denen die wir heute ausgegeben haben geil das ist schon mal etwas verflucht ja wenigstens noch zum schluss noch mal ein bisschen stein ist auch cool das das haben wir den zettel haben wir abgearbeitet getrunken haben wir unser bürchen ist schon drin ähm wie weit sind wir ach da dauert es noch da warte ich bis 5 okay also hier 5 4 4 3 4 ich hab das mit absicht jetzt falsch ausgesprochen weil es nicht so wichtig ist weil diese bezahl erlebt man im echten leben glaube ich eher weniger bei einem geldanteil und sowas alles hier haben wir angestellt gehabt sehr gut hier können wir noch nicht wieder dann würde ich sagen wir geben unsere kohle aus wir sind bereits bei 23 also 20,3 fast 20,4 das ist schon mal etwas kostet aber gleich schon eine mille ne ja gleich kostet das alles pro klick eine million ja jetzt kostet eine million 181 dazu das heißt wir kommen auf die auf jeden fall auf die 21.000 schon mal das ist ja schon mal etwas ja ich hab die besten tränke auch nicht drin das liegt aber auch daran dass ich meine pilze nicht immer zum suchen für die tränke ausgeben möchte weil ich ja free to play spiele ich spiele nicht mit echt geld rein pulvern wie verrückt oder sowas wie viel kostet das jetzt schon drei millionen aber wir haben die 21 wir haben die 21.000 wir kommen dem ziel schon näher und jetzt kostet es drei mille pro klick ok ist ja klar maximum ist ja hier die zehn millionen jetzt sind wir schon bei der drei millionen cool so dann suchen wir uns noch ein opfer klingt irgendwie falsch aber wir suchen uns mal eins und testen das jetzt mal der hat so höchst viel leben aber weniger glück aber trotzdem so meh gibt es auch eier hier ich gritte nicht jetzt habe ich hier grittet ich wollte schon sagen wieso gritte ich denn hier nicht ich bin übrigens eine stufe aufgestiegen ich bin jetzt 120 es ist immer so ein riesen sprung deswegen immer immer viel kämpfen weil er hat ja hier von 4 425.000 auf 427.000 also ich habe schon fast tausend Punkte wieder gemacht gehabt ist immer ein großer schritt hier immer voranzukommen ich schaue mich um danke ähm nein da brauche ich nicht gucken hier können wir bestimmt kämpfen ja hier können wir wieder kämpfen Ehre sammeln so sehr schön hier haben wir alles geguckt hier im Warenlader ist jetzt hier nichts im Verkauf jo ich denke wir haben es wir haben wieder alles durch hier haben wir angestellt das dauert noch vier Tage und au seht ihr hier haben wir vergessen vier Tage hier oben Maximum so jetzt haben wir noch mal ein bisschen Kohle wuppala können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen hoch gehen also da noch 25.000 für so eine schöne glatte Zahl schon mal hinknallen so nach und nach und dann kümmern wir uns um Leben dann gehen wir komplett glaube ich auf Leben ich habe zwar meine was ich gerne hätte in 25 Millionen noch nicht aber das ändert sich mit den Tränken ja auch und deswegen muss man gucken halt was mit den Tränken hier rauskommt weil das will ich ja in Kombination das ist na gut wir sehen uns aber das nächste Mal wieder im nächsten Video danke fürs vorbeischauen vergesst ein Abo nicht und ein Like da zu lassen und wenn ihr Bock habt schreibt auch gerne in die Kommentare mal ob ihr es auch selber spielt und wie lange schon und wie hoch euer höchster Charakter ist und auf welchem Server bis dahin machts gut tschüss tschüss tschüss